So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Nein, momentan läuft ja eigentlich ein kleines Gewinnspiel, denn wir hatten wieder eine Account-Verlosung für euch. Das Video dazu habe ich am Dienstag hochgeladen. Account-Verlosung mit Sprühwurst. Gewinnspiel, Account-Verlosung mit Sprühwurst. Viele wissen jetzt genau, was ich meine. Viele haben das Video gesehen, viele haben da auch schon mitgemacht, beziehungsweise sind mit drin im Z-Pool, was am Montag ausgelost wird. Also alle, die bei dem letzten Video kommentiert haben und den richtigen Kommentar geschrieben haben, werden an dem Gewinnspiel teilnehmen. Jetzt möchte ich heute nochmal ein kleines Update-Video machen zu dem Account. Habe ich eigentlich noch nie gemacht. Normal waren die Accounts immer komplett fertig und man hat die dann gezeigt und so wie die waren, rausgegeben. Jetzt habe ich im letzten Video aber was ganz Bedeutsames vergessen und zwar wollte Sprühwurst eigentlich, dass ich zeige, dass er hier alle Käuferformen drauf hat, weil das eben auch was Besonderes ist. Sprich, jemand, der den Account gewinnt, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, großartig zu reisen oder um die Welt zu kommen, der könnte natürlich sich auf seinen Main-Account diese ganzen Käuferformen tauschen und hat dann auch alle Käuferformen, die es auf der ganzen Welt gibt, mit allen Haar-Styling-Outfit-Moves. Keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Denn die sind hoffentlich nicht getauscht. Die sind nämlich alle gefangen in der Wildnis. Genau. Das heißt, das ist so eine geniale Idee eigentlich. Man könnte ein Gewinnspiel nur zu Käufer machen und sagen, wir verlosen alle Käuferformen. Wie denn? Man nimmt einen Account, packt alle Käuferformen drauf, also man fängt die, entwickelt die in den entsprechenden Gebieten und verlost dann diesen Account und der Gewinner kann die sich einfach rüberziehen auf seinen. So muss er seine Daten nicht rausrücken. Es wird auf seinem Account kein Unfug getrieben. Und er hat trotzdem alle Käuferformen, ohne zu spufen, ohne zu betrügen, ohne irgendwas zu machen, weil er die einfach dann getauscht hat. Das wäre auch eine richtig coole Idee. Aber jetzt habt ihr das ja hier schon drauf. Ihr seht also, das ist das ganz normale Käuferformen, wie man es so kennt. Und hier zeige ich euch einfach kurz mal die Form. Ich kann jetzt leider den Namen, weiß ich nicht, den Namen kann ich leider nicht dazu sagen, Käufwaffe. So, drücken wir mal drauf, sieht so aus. Dann haben wir hier, zack, man könnte sagen, da ist die Sternenform. Er hat nämlich Sternenschwanz, der hat hier so einen Karoschwanz, der hat einen Senfschwanz. Die werden immer hässlicher, guck dir das doch mal an. Dann haben wir hier noch ihn am Start, dann haben wir hier noch ihn am Start. Ja, das ist der Pringelsmann mit Hut in grün. Das ist alles, alles komplett Quatsch, egal. Dann haben wir hier noch, ja, Flampivian, genau. Und das ist, glaube ich, das Coolste gewesen, oder? Genau, den fand ich am coolsten. Ich selber habe noch gar keine einzige Käuferform. Ich habe noch kein einziges Mal den Formwandel vollzogen. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Video dazu mache, wie ich meine ganzen Käuferformen entwickle in den jeweiligen Gebieten und nochmal sage, in welchem Gebiet es welches gibt und das direkt im Video in diesem Gebiet entwickelt und zeige, das so zusammenschneidet. Dann können wir das auch mal machen. Das, ja, geht auch. Sagen wir mal. Ihr habt also alle neun Käuferformen, die ihr dann entwickeln könnt, drauf und könntet ihr euch die rübertauschen. Das war also wichtig. Was noch auffällt, was ganz wichtig ist, der Account ist mittlerweile Level 40. Das heißt, es war ja das Ziel, den auf 38 zu bringen, damit ihr damit auch Pogestops einreichen könnt. Der Account war im letzten Video am Dienstag Level 37. Jetzt ist der Account Level 40. Das heißt, ihr könnt nicht nur Pogestops einreichen, ihr könnt damit jetzt auch XL-Bomb-Bombs verdienen. Was schon mal eine feine Sache ist, ja, muss man dazu sagen. XL-Bomb-Bombs verdienen ist immer gut. Ist vielleicht sogar, habt ihr das an eurem normalen Account noch nicht mal, hat auch jetzt hier 4,6 von 6 Millionen. Wenn das so weitergeht, könnte der noch auf 41 gehen, aber dafür braucht man ja hier 30 Rates. Und da bis Montag jetzt nicht mehr so viele Tage sind, wird man das nicht schaffen, auf 41 zu kommen. Da ich eben nur den täglichen Raid-Pass mit dem mache. Alle anderen grünen Raid-Pässe und die Fan-Raid-Pässe und alles, was es dann immer so gibt, lasse ich alles drauf. Das könnt ihr nutzen, wie ihr möchtet. Es ist aktuell nämlich noch ein Fan-Rate-Pass und ein Premium-Kampf-Pass drauf, plus diese 500 Münzen. Hier die kostenlose Box können wir noch annehmen. 500 Münzen, beim letzten Mal waren es 400 Münzen. Es sind also 100 Münzen mehr, aber es ist ja auch zwei Tage her. Es passt also alles perfekt. Er hat in zwei Tagen nochmal die 250 Münzen bekommen, dass er also 100 Münzen mehr hat. Er hat einen Grün-Pass, er hat einen Fan-Rate-Pass, er ist jetzt Level 40, er hat alle Käuf-Waff-Formen. Und was euch vielleicht noch interessiert, er hat auch noch ein paar 100% Pokémon dazu bekommen. Er hat auch ein paar Shinies dazu bekommen. Ich habe auch ein bisschen was gepusht. Was man nämlich hier auch sieht zum Beispiel ist, er hat jetzt 2,5 Millionen Sternenstaub. Er hatte in dem anderen Video, glaube ich, eine Million Staub oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt ja trotzdem selber vergleichen, wie viel der hatte. Ich glaube, er hatte eine Million, jetzt hat er 2,5 Millionen. Ihr habt also mehr zum Pushen. Es hat sich hier bei den Pokémon an sich ein bisschen was getan. Ich habe zum Beispiel dieses Tobuts ein bisschen gepusht, weil das ja ein 100%iges ist, habe ich dem ein bisschen was draufgegeben. Auch aus dem Grund, da ich mit dem täglichen Pass einmal ein Genesect gemacht habe und dann dachte, das Teil ist eh kacke. Das kann eh nichts. Ich gehe lieber auf Gengar. So habe ich jetzt Mega-Gengar-Rates gemacht mit diesem Account. So habt ihr jetzt 190 Mega-Gengar-Energie von 200. Ich kann am Freitag, am Samstag, am Sonntag und am Montag nochmal einen freien Raid machen mit dem freien Pass. Ich würde da jedes Mal also noch Mega-Gengar machen, solange das noch da ist, anstatt Genesect. Dass derjenige, der das kriegt, auch dann irgendwann ein Mega-Gengar entwickeln kann, wenn er entweder ein gutes Gengar findet in der Wildnis oder ein gutes Nebulak oder das beste Gengar, was drauf ist, nimmt und Mega entwickelt. Das ist auch euch überlassen, wie ihr das macht. Also Mega-Gengar wird dann möglich sein zum Entwickeln. Kostenlose Pässe gehen raus, genau. Freunde wollte ich kurz noch zeigen, das ist auch wichtig. Ich habe beim letzten Mal nämlich den Trainer-Code gezeigt im Video und es haben viele Leute von euch geedit. Und euch würde jetzt auch auffallen, jeder von denen hat ein Geschenk. Die, die sich also da angestellt haben, die konnten ein Geschenk kriegen und öffnen und haben nochmal 3000 EP mitgenommen. Kuvi Diva ist hier zum Beispiel am Start. Alex dabei, Alderfelscher, Baloo, Baumi, Bavaria, Ben, Forten, PK, Ben, Luis, Birnbaum, Kern, Black, Trains, Blood and Tears, Blue Boob Bear, Bretzfelder, Bubi Molem, Kiex, Chakotai, Chris, Chum, Kumulus, Doreen, Eisenmax, Edgar, Falktricks, Ghi, Chai, Gia, Chahu, Gussi, Darit, Kina, Tom, King, Hämmer, Kolia. Ich weiß nicht, wieso es jetzt auf einmal so hängt. Mann, das war gerade so gut. Ich dachte, die Leute freuen sich, wenn sie ihren Namen hören und dann sagen, ja, ich war dabei. So, Kolia, Kurama, Beast, Leonard, Luna, Maxson, Tricks, Miss Helene, Helen, Helene, Mr. Kettleman, Mr. Jollepolle, Nico, GX, Nita, Pascal, Paula, Emberor, Pikachu, Wurst. Punktekonto, Schilling, Go, Seska on Voyager, Sheeshboy, Schniedelwutz, war ja der einzige Freund, der drauf war. Ziebenstein, Starface, TBLG, X-Henry, Tomade, Wani, Wied, Lugi, NWO, Zephrem, Cotrain, Zogamite, Zuwild. Und danke an die, die geedit haben, die auch natürlich durch die Stufe 1 Aufstiege jeweils immer noch 3000 Punkte draufgepackt haben, manchmal sogar 6000, je nachdem, was gerade anstand. Die haben also gut mitgemacht. Jetzt möchte ich euch nochmal die aktuellen 4 Sterne Pokémon zeigen, die dann neu hinzugekommen sind. Wenn ihr hattet, also Tobuz, Tobuz, Garados, Ditto drauf, neu ist also, seitdem der Account dann hier war, Littomiv, Miraplah, Honleju, Kleinstein. Das ist auf jeden Fall sehr genial, könnte man auch entwickeln, sollte man auch tun. Aber das Entwickeln überlasse ich euch. Ich würde an eurer Stelle sowieso mal reingehen, würde gucken, welche Hunderter habe ich, die cool sind, die ich entwickeln kann. Zieht da ein bisschen dann mal was hoch, beim Garados habe ich glaube ich was gepusht. Kleinstein wäre ich was, äh, wäre was an eurer Stelle. Ihr habt genügend Bonbons, 800, entwickelt das, nehmt das, macht es als Boden- oder Steinsangreifer, habt ihr noch was dabei. Smogon, Caradonis, Miraplah, Huthut, Vadribje, Dicta, das sind die Hunderter. Und jetzt, weil es immer jeden interessiert, natürlich die Shinies. Man, 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 die Shinies, so. Was haben wir hier gehabt? Ich habe sie euch gezeigt. Und dann ohne Tag, weil die Tags waren von Schniedelwurz. Raubi, Datiri, Dicta, Sengo, Wulpix, Duflor, Litomiff, Pikachu, was viele bestimmt richtig cool finden. Äh, Waumbl, Bummels, Kleinstein, Kießling, Zubat, Lavita, direkt nach dem Zubat. Raupis, Taupsis, Macholo ist auch am Start. Driftlor, normales Pikachu, Gießling, Miraplah, Geronimatz, das dürfte auch ein Highlight sein für viele. Ich denke, wer den Account bekommt, der wird den wahrscheinlich nehmen und rübertauschen auf den Hauptaccount. Geronimatz sitzt auf jeden Fall auch mit drauf. Nidoran, hier, Litomiff, Raubi, Zack, Kleinstein, Zickzacks und Menki, das allerletzte, was jetzt da drauf ist. Es ist also ordentlich was hinzugekommen. Es sind ein paar Hunderter dazugekommen. Das Kleinstein finde ich jetzt cool, dass er das zum Hunderter Geowatz macht, denn das ist trotzdem noch nützlich, wenn ihr noch nicht so viele Pokémon habt. Äh, die Shinies, da sind ein paar lecker Bisschen dabei, die ihr euch rübertauschen könnt. Die Käuferform könnt ihr euch holen, ansonsten könnt ihr damit eben Pogestops einreichen. Ihr könnt, ähm, ja, XL-Bombombs sammeln. Ich habe ja gesagt beim letzten Video, schreibt mal drunter, was ihr damit vorhabt, wenn ihr den gewinnt. Dieses Video ist wirklich nur ein reines Update-Video, damit ihr wisst, wie der Account mittlerweile aussieht. Das heißt, alle Kommentare, die hier drunter kommen, nehmen nicht an der Verlosung teil. Wer jetzt erst von dem Gewinnspiel erfährt, muss trotzdem das Dienstagsvideo kommentieren, was ich euch auch gleich nochmal zeigen kann. Ich bin nämlich jetzt hier fertig, danke also an die Freunde und ansonsten brauche ich niemanden danken. Genau, so machen wir das. Denn das Dienstagsvideo, ihr seht es nochmal hier, wer Abonnent ist, sollte ja eh eigentlich immer alles mitkriegen. Wenn nicht, geht auf den Kanal, geht mal auf Videos und scrollt mal ein Stück runter. Da ist nämlich hier das Video vom Dienstag. Gewinnspiel, Account-Verlosung mit Sprühwurst. Das ist das Video, was ich dann nehme am Montag, um auszulosen. Die Kommentare unter dem Video sind die, die den Account gewinnen können. Hier könnt ihr trotzdem eure Meinung drunter schreiben, was ihr cool findet mittlerweile. Oder einfach mal Feedback geben von den Sachen, die dazugekommen sind, welche ihr feiert oder was ihr auch gern hättet. Oder wenn ihr jetzt erst davon erfahren habt, wie gesagt, könnt ihr immer noch mitmachen. Bis Montag läuft das. Montagabend bei Chill mit Ramses wird ausgelost um 21 Uhr. Ab 20 Uhr wird gestreamt, ab 21 Uhr die Auslosung. Und wer noch mitmachen möchte, kommentiert das Gewinnspiel-Account-Verlosung mit Sprühwurst-Video. In dem Video ist alles gesagt, wie ihr mitmachen könnt. Ich verweise euch jetzt hier nochmal auf dieses Video. Und ich weiß trotzdem, dass es hier drunter ein paar Kommentare sicherlich geben wird. Die einfach schreiben, ich mach mit, hier ist mein Kommentar, tschüss. Hab ich jetzt gewonnen. Es ist nicht so kompliziert, es ist alles 50 Mal erklärt. Deswegen, das ist ein Update-Video zu dem Account. Das war's von meiner Seite aus. Heute Abend, Raids für Zuschauer mit Mega-Gangar. Wenn ihr also noch Energie braucht, Mega-Energie, auf eurem Account für Mega-Gangar, dann schaltet heute Abend 18 Uhr ein. Da nochmal Mega-Gangar-Raids für Zuschauer, bevor dann Giratina in die Raids kommt. Und die Bosse sicherlich wieder wechseln, man nicht weiß, was da noch alles da ist. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out for out, euer Ramses.